herzlich willkommen wir sind back in the game und ja diesmal diesmal spiel ich diesen komischen typ da mit dem helm und ich spiele master hi wir gehen beide mal wieder top weil wir die absoluten player mit den champs sind ich spiele zum ersten mal ich habe mir eben gekauft und es kann nur ein fehl werden ja genau als zauber hat rai diesmal läuterung und geist und ich habe geist und entzünden was der größte glaube ich dass alle verlangsamungs zauber und so was von einem abfall betäubung verlangsamen als einem runter und dann kann ich wieder gelten genau weil trinder mir ist der totale ad carry eigentlich eigentlich müsste ich bot gehen aber ich meine wir haben es nicht so so zack 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 sie wirft erst mal ein speer und wir nehmen unseren blutdurst wie man sieht trinder mir hat keinen mann an der mann an die 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 natürlich schon die die war master hier hat ganz schöne fähigkeiten ja die werden wir auch natürlich zeigen bis so der art die die kassive ist doppelschlag master hi trifft mit jedem siebten angriff doppelt dann die erste fähigkeit die kuh ist eröffnungsschlag dort springt er auf den gegner drauf und verursacht einem sehr vielen schaden die w ist meditation das heißt er heilt sich selbst und kommt schild kommst du mal her also passiv erhöht den angriffsschaden um 15 aktiv masserie verdoppelt den passiven bonus zehn sekunden lang und die er ist heilander die ulti dort rennt er mit 40 prozent mehr lauftempo kann 8 sekunden lang nicht verlangsamt werden und ja packt schneller zu und vielleicht haben die einen oder anderen ist eben bemerkt dieses komische nette neue tools smart pinging da wird alt gedrückt und mit der linken maustaste gehalten und dann kann man hier so sachen auswählen gegner fehlt einfach v oder g drücken und die maustaste gehalten genau das geht auch mit v oder g aber ich nehme mal alles fehlt helft mir unterwegs da wird auch die richtung angezeigt von welcher richtung man kommt und der name dazu und gefahr ich fände es noch besser wenn sie dann so brüllt gefahr oder sowas also eröffnungsschlag ist das hier ja und gleich mal zwei basalen geplättet ach so ich muss meine eigentlich noch erklären gleich meine fähigkeiten ähm kampfrausch ach wir spielen gegen kündermir ist das nicht schön er lässt sich so halb plätten seine passives kampfrausch erhält fünf zorn für jeden erfolgreichen treff oder zehn von krit also kritischen treffer und gewährt ihm so erhöhte chancen für kritische treffer und sowas ich bin voll pädobusch im verarschung für den schwimmern ja ja ich bin jetzt level zwei habe als zweite fähigkeit die w ausgewählt das ist meditation die kann ich auch eine kleine gesellschaft dass wir mal ein bisschen pushen er soll hier bitte worden irgendwann ach nee wir haben keinen jungler ich wurde mal beim dragon ach so du hast wards wir haben die monster noch gar nicht erklärt im jungle stimmt das kann man auch mal machen es gibt einen boss der macht einen allgemeinen waff das ist der bergung maß der weise entscheidung oh man so wie man sieht ich habe jetzt dieses rote gedöns um mich rum das ist das zeigt an dass ich jetzt zorn habe und mit meiner kuh kriege ich für jedes fehlende leben angriffsschaden dazu und wenn ich sie aktiviere werde ich geheilt so hat man gesehen ich zeige euch den weg meine w ist eine verlangsamung das ist ja voll hart wir sind beide heilgebüß ja oh god das war jetzt so eben für mich ja das ist die w verhünschigung nennen wir die immer eigentlich das ist sportruf und wenn ein gegner den rücken zukehrt glaube ich wird man verlangsamt aber sonst passiert eigentlich nichts das ist meditation volle meditation meditation like a bot was machst du da äh liegestützen und so ein scheiß weißt du doch kraftübung oh jo ich bin kraftflug weißt du hahaha war der schlecht ja dein schwert wird blau macht mehr schaden zack ich bin das michelinmännchen ich bin das michelinmännchen ja keine ahnung bin ich halt weißt du genau äh meine wehe meine e ist eine wirbelnde klingel wie man sieht kann ich mich so wirbeln ne so zack und meine r da bin ich für ein paar sekunden unsterblich also ich kann einfach nicht sterben für fünf sekunden aber die kannst du auch nur aktivieren wenn du wenig leben hast ja sollte ich kann sie auch aktivieren wenn ich volle leben habe echt aber das bringt nichts ich glaube der ton hat gerade ausges bei mir ne bei mir also im video dürfte jetzt der ton ausgesetzt haben wenn wir nicht ne bei uns ja muss ich mal gucken wir müssen irgendwann mal aufgreifen was ja wenn ich level 6 bin ich zeige euch den weg puh kein leben verloren das ist lustiger an was der jesus stellt sich an den tower der gegner greift dich an du aktivierst einfach meditation ja also man kann master hier auf ad oder ap spielen meine meinung ap also fähigkeitsstärke ja kann man sich halt nur heilen also die bringt's nur zum heilen ja bringt's sie leider nicht ja oh shit toll ich hab zwei entzünden auf mir drauf toll ich hab jetzt mal geist aktiviert wie man sieht ich renne schneller habe einen kill gekriegt ich nicht ja der war easy die haben zwei entzünden auf mich gemacht jetzt teile ich mich so ähm jetzt kann ich angreifen kein geld mehr nein ich hole mal ein wort mit wart komm halt stopp zurück mein wort ist weg nehmen wir zwei komm doppelt hält besser sorry ein loop schreibt fitz ja ist es schön dass du das sagst schön wenn die Leute es zugeben ich bin voll der gangstern markiert hier wird so unterwegs i'm on my way i'm on my way tell the world i'm on my way die ich hab so eine tolle Stimme singen ich habe es gerade vergessen die 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 man nicht keine Angst vor jedenfalls ein Lied was vor was weiß ich wie lange Zeit bin mal in den Schatz willst du ein Wort auch platzieren äh eigentlich nicht das nächste Mal bin ich stark ich war heute mal wieder Autofahren du warst wieder Autofahren ja ich meine Schwester macht Führerschein ach so ich kann dann immer mit auf den Verkehrsübungsplatz wenn mein Vater mitkommt oder so wollen wir ihn killen wollen wir ihn killen ok killen ich kann meine Untie nicht ja aber sehr gut ich werde nicht entkommen da habe ich versucht noch meine Meditation zu machen hat aber leider nicht gereicht also ist aber auch nicht weiter schlimm ich hab mir erst mal Schuhe ich versuche den Ton zu klöten Blut dort kommt bestimmt gleich der du weißt schon wer warwick ne der ist in der Mitte sehr schön und ich bin nämlich direkt noch jetzt kommt er jetzt kommt er mir nach warte ich stelle mir hier schnell ein Wort rein hell coming ja Master Yi ist unterwegs ist schon gehalten he is on his way zeigt er dir dann meinen Weg an nein ach so doch glaub schon ne zeigt er dir meinen ja ja guter Trinder mir ist unterwegs jetzt zeigt er nicht mehr an weil sobald ich dann wieder was ändere oh shit komm weg nein 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 das wirst du schön und verlassen süßer oh man wissliches Ding komm 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 den kriegst du ja doch den kriegst du er hat noch kein Ulti komm in 15 Sekunden hat er Ulti wieder krieg ich nicht doch der Turm ist auch weg egal Fits holt sich den los Fits go for it ey wenn er den nicht bekommt oh toll jetzt hat er jetzt hat er unwendige Wut good job good job ja echt der war nicht schlecht I'm on my way okay ich singe jetzt nicht nochmal genau aber er hat den Topturm weg ich hab 3 1 0 ich bin gefeatet ich hab 0 2 2 okay kommt noch du musst mal Kills kriegen du schön damit Alter ich spiel den zum ersten Mal jetzt hast du nur 5 vor allem ich will ein 25er was hast du denn 4 4 46 die ganzen Minion Kills so Gegner fehlt ah nee da ist er wieder wollen wir wieder am Turm killen oh man ich brauch erst jeden einfach mal so demonstrativ hinstellen ich heile mich jetzt komm geh mal auf die Mitte hier ey wollen wir mal Towerdiven gehen ich zeige euch den Weg nee wir warten auf den Tinny I'm on my way der Gegner wird zum Berserker go oh nee Tinny 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 war klar ich zeige euch den Weg nee komm wir gehen nicht Towerdiven jetzt oder doch achten da kommt einer Akandi wir gehen nicht oh hi nein nein scheiße gegen die Wand gerollt egal also haben wir was erreicht und was nicht erreicht ja wir haben so richtig was erreicht jetzt hab ich 3 2 2 oh was machen die denn unten oh shit ja ja scheiße Moment wie ging das jetzt so so und so Trintern mir bitte um Hilfe es hilft mir ich bete um Hilfe weiß noch ich bin jetzt lieber Gott lass mich laufen du bist voll der Bieter ha 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 schlecht schlecht er war schlecht das kann man wirklich sagen der war schlecht aber jedenfalls beim Autofahren ich hab manchmal denke ich das ist richtig schwer und dann denke ich das ist scheiß einfach ich finde es also Autofahren ich hab auch jetzt letztens gelesen der Führerschein für du kannst dir einen Automatikführerschein machen und einen für normale Autos mit Schaltbetriebe und der Automatikführerschein ist so spottbillig ich glaube 900 Euro oder sowas der normale kostet das kostet der ich glaube jeder Stadt der kostet mindestens 2000 ja also haben wir uns schon informiert ähm jedenfalls der ähm ja kommt Kinders meine Schwester macht halt Führerschein ich helfe da was heißt ich helfe da mit ähm ich sag einfach ich will auch ich will auch Mama will auch oh geil geil Caitlin und wer kriegt scheiße der hat ey die Kate hat ihren Sniper Schuss direkt unter Dingens ähm zwischen den Gegnern durchgesetzt und so einen geilen Kill bekommen richtig geil gemacht ähm ähm ja ich muss sagen Fraps spackt bei mir ein bisschen rum ich hab das Fenster offen wo die Datei gespeichert wird und er zeigt mir grad 5 Dateien an hast du äh alle vier Gigabyte Splitten gemacht oder ist nein eigentlich nicht eigentlich nicht scheiße der macht's wirklich der macht's ähhh der macht's da machst du gleich beim Rendern machst du irgendwie ne weißt du du musst die dann alle wieder zusammenfügen die ziehst du grad hintereinander oh nein ich hasse das halt go wild from the stand I'm going I'm going home bitte sorry jedenfalls Autofahren macht eigentlich richtig Spaß find ich um zu einem Fazit zu erwachsenen Spielzeuge genau und ich hab heute aus Versehen äh Kupplung mit Gas verwechselt oh aus ich wollte kuppeln um zu schalten und bam düstlich los äh kenn ich das ist einfach ziemlich lustig ooooh ey soll ich dalven gehen boah Katelyn setzt ihre Schüsse immer so richtig zwischen den Gegnern durch das ist geil gemacht was soll denn das heißen sie kann man sich vor errichtig zu sein yeah Rangor I'm on my way ja was soll das Fizz bitte oh der Fizz der probiert seinen Smart Pink Scheiße aus der Fizz der stammt gerade ein bisschen rum einfach nur mhm also entweder wir greifen jetzt mal an oder wir belagern ist der Tower noch da ja ja oh schade guck mal jetzt ist Tinny wieder da jetzt sind wir vier gegen fünf gegen fünf und die haben Tower soll ich diven gehen soll ich echt diven gehen ja komm wir gehen diven diven komm 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 lol ich konnte mein Ding jetzt nicht machen der war jetzt scheiße äh schaffst du das ja das passiert wenn man Geist und Highlander aktiviert man rennt wie ein ja ich hab noch kein BF Sword und hab schon mehr Angriffsschaden als du oh ne du hast mehr ne aber nur vier ich lasse habt keine Angst wie viel hast du äh ich hab tausend oh 133 hab ich jetzt hm wo sind die grad hin die waren es bei 172 ach so wahrscheinlich weil ich wenig Leben hatte ich hab 193 ich krieg gerne 25 Angriffsschaden aber ich kaufe mir jetzt Blutdurst ab Platz zuerst glatt er ist da und dann glaub ich mir noch ein bisschen Angriff Tempo gehen wir auf Angriffstempo ich gehe erstmal los die Wies so weil er geht jetzt die Party ab Angriffstempo was kauf ich denn will ich Crit Treffer Nö Nassas Zahn macht Fähigkeitsstärke soll ich Crit Treffer oder Fähigkeitsstärke ja klar okay ich kaufe mir Crit Treffer von Tome Dancer wow da oben ist niemand mehr oh Fitz könnte ein wenig Hilfe gebrauchen ich mach kurz die Vassalen weg dann komm ich in die Mitte boom coming geil getroffen ich finde das eigentlich relativ cool gelöst mit dieser neuen Signal mit den Signalsachen und so ja was wird das äh weiß ich nicht das war eigentlich ein Tank gedacht das ihr angreift aber nee Catelyn steht immer hinten und macht ihre Scheiß ich hab Highlander aktiviert um zu pflichten oh Gott siehst du als Gegner ganz ehrlich warum helfen die nicht ich meine ich bin doch ich konnte da nicht mehr helfen ich war auf dem Weg nee aber hier Catelyn so eine Scheiß steht da und macht nichts komm die kriegt der jetzt aber das ist warum ich einen Kill gekriegt hab weil ich entzündet hab und das coole ist halt entzünden hält länger an als die Ulti von Trindamere 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 ihr habt einen Gegner getötet ja ja so eigentlich ganz ok ja bis jetzt war es gut ok ist nicht besonders ok ist nicht besonders best danke toll egal weg hier oh haha ich hab Highlander bis jetzt nur zum pflichten aktiviert mir nach haha ah geil so ich hab noch Potions drin komm ich da drüber ja gut komm Fähigkeit Fähigkeit ich zeige euch den Weg Mädel komm oh shit jetzt sieht sich irgendwie schlecht an oh ne ich heile mich einfach haha ich muss nur mal ein bisschen hoch gehen meine Klinge gehört euch meine Meditation oh der Katz X so ein Schwanz Schwanz haha du hast Schwanz gesagt mh gliedmaße ho 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 es gibt Tiere die haben einen Schwanz ha 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 ja irgendwann reicht das ja komm schon ja komm ha 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 jetzt wisst ihr was wir in der Schule machen das ist teilweise so schlecht ja ich mein der ist so schlecht wie wir müssen dem Fitz helfen was ist klar was ist gelb und kann nicht schwimmen gelb und kann nicht schwimmen Bagger ha und fandst du den lustig der Baggerfahrer auch nicht oder was der älteste Witz der Welt Frau Doktor wenn ich hier drück tut's weh wenn ich dort drück tut's weh und wenn ich hier drück tut's auch weh klarer Fall ihr Finger ist gebrochen ha 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 alter der ist wie dich wann was ist weiss und steht hinter einem Baum was Schimmel schüchtern milch haha halt was ist braunhund ist hinter Gittern ähm wie ein Knaztanje genau haha komplett Maorwik bleib hier Den süßen... Ey, du Schnuckel. Okay, lass es. Ja, okay. Oh, fuck it. Nein, nein, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Mir kriegst du auch nicht. Nein, hat er sich hinterher gedingenst. Jetzt kann ich ihn fletten. Tja, also fertig mit den schlechten Witzen. Ja, ich hätt noch ein paar. Was ist orange und geht gern wandern? Eine Wanderine. Eine Afrika. Schlecht ist der. Es gibt so ein paar Witze, die ich weiß nicht, warum jemand die erfunden hat. Aber ist halt so. Weißt du, was auch schlecht ist? Schlechter Käse. Oh Gott, wir könnten so schlechte Witze bringen. Man kann so viele schlechte Witze bringen. Wo kommen die eigentlich alle her? Ich gehe mal Richtung Nidalee. Ach, kenne ich die? Das ist bestimmt ein schöner Ort, Nidalee. Okay, die kann sich in Panther, Puma, was auch immer verwandeln. Das ist ein Puma. Puma? Nee, wie heißt das eigentlich? Ich hab's vergessen. Nidalee, die Frau des Pumas nimmt. Ist ja verheiratet mit ihm. Das nächste Mal bin ich stärker. Das ist irgendwie komisch. Kann sich mit... Oh Gott. Ja, das... Ja, ich bin schon... Genau. Morgen fängt die Schule wieder an. Also. Es ist schon wieder... Unteracht ist der Flashback. Jut. Nein. Was ich ziemlich cool finde. Ne, Mr. Trashback, da kommen die Folgen ja immer pünktlich. Überpünktlich. Bam. Ich hab'n Kill, du Vogel. Ich hab keinen. Mann, ich hab'n so'n schönen Spruch zurechtgelegt, wenn Gangplank auf... Also, drauf geht. Aber leider geht der nicht ganz. Ich hab'n... Ich hab'n... Jetzt haut der ab. Bam. Mein Kill, du Vogel. Warwick Dark Knight. Gehst du? Ja, jetzt. Durch Highlighten aktivieren. Nö. Tom Krieg noch so. Tauer unten. Ich geh zum Tauer. Nö. Ich mach' noch Dinger. Ihr macht weiter. Ich geh zum Tauer. Ja, ihr macht weiter. Wozu ist die Tauer krieg ich? Loll. 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 Guck. Jetzt überlebt. In der Fall. Loll. Nice. Also, ich hab' einfach mal Highlander aktiviert, um's etwas voranzutreiben, geschwindigkeitsmäßig den Turm zu zerstören. Gegner wurde getötet. Loll. Jetzt hab' ich keinen Mahler mehr. Komm, 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 komm. Meine Klinge gehört euch. Komm mal in eure Richtung. Gegnerische Doppeltötung. Aha. Lustig. Ui. Ja. Ähm. Schaffst du das? Nein. Ich hau' ab. Ich habe versucht, noch Läuterung zu aktivieren, aber es hat nicht ganz geklappt. Ich zeige euch den Weg. Ne, geh weg. Geh weg, sonst haben die einen Ass. Es ist so, als ob die mich kriegen würden. Also, ein Ass ist, wenn alle tot sind, ne? Genau. Und das ist der Golem. Der Blue Golem. Ja. Ich mach' mittlerweile 259 Schaden. Ich mach's nur noch 1. Ich stöste und was hast du denn? Ich geh' an mal. Was? We've felt Trinder for hacking, cheating, glitching? Und flame, what? Okay, Instant Phantomtensor. Was hol' ich mir noch? Mh, das ist doch geil. Klinge des gestürzten Königs. Die ist doch eigentlich perfekt für mich. Ach so, den Gegner. Ich dachte gerade, die meinen... So, jetzt. 248 Angriffsschaden. 1,4 Angriffstempo. Ach ja, genau. First Time Schwinder. Not you! Yeah. Zeige euch den Weg. Ihr werdet alle sterben. No. Yeah, Fitz ist OP. Wow. Ähm, brauchst du Hilfe? Nein, ich bin so ein Runner. Hast du das gesehen? Ich mach einfach meine Ulti und Geist. Run, run, run away, run away. Ich glaube nur das. Catelyn, du musstest überleben. Überlebe ich nicht. Ich hab einen Kill gemacht, hab einen Tod kassiert. Okay. Ich brauch Schutzengel, verdammte Scheiße. Habt keine Angst vor dem Unbekannten. Und, Wuldiver Seilen, du solltest von da verständen. Äh, das bin ich nicht. Ich sag's ja auch du. Nicht du. Ach so. Ich sag nicht du, Rai, sondern du, ähm, weißt du schon. Danke, Raven, danke. Das versteh ich. Ich bin so, ey. Ja, das ist eh nicht wichtig hier. Ja, voll, ey. Mit du bist nicht du gemeint. Also, mit du bist nicht du gemeint, sondern du. Weil du bist ja... Niederle, überlebt dir das? Boom, ey, die killt dir noch. Niederle, überlebt du das? Na, überlebt du das. Lol. Die hat einfach einen random Jump reingemacht und hat sie gekillt. Ich mach 541er-Cruise. Ja, Mädel, was geht eigentlich bei dir? Nein, ich konnte ihn nicht mehr killen. Was soll der Scheiß? Boah, ja klar, sind die da zu viert drin. Alter, Gruppenfick im Busch. Was geht eigentlich? Ich hab's überlebt. Bam. Da, mach mal Dragon oder so. Ich? Ja, du. Weiß. Meine Klinge gehört euch. Ich mach nicht Dragon. Ja, kill ihn einfach. Komm. Du kannst ihn killen. Nee, jetzt nicht mehr. Alter, heil dich. Der hat Bola-Wurf gemacht. Ja. Weißt du, was unsere... Was die gegnerischen Vasallen-Bot machen? Ja, ich hab's gesehen. Bitter, ne? Ich brauch Full-Bild irgendwie, ne? Dringend. Haha. Witz. Witz. Alles meine. Gar nicht. Nix kriegst du. Komm, wir machen Dragon zusammen. Äh, nein. Ich zeige euch den Weg. Ey, wenn's noch Folge gibt, wo wir aufgeben, dann... Ähm, ja. Bangle sind für tief gesunken. Nein. Ja. Oh, hey Leute, was geht? Warte, ich stehe mal kurz bergen. Scheiße, hat nicht ganz geklappt. Oh, brauchst du Hilfe. Ja, wer muss mich? Sehr gut. Danke. Ey, wenn du jetzt den killst, dir ist ich kill dich. Ah, danke, Caitlin. Ähm, du let the dogs out. Nein. Du let the dogs out. Alter, warum hab ich meine Wiltin nicht gemacht? Warum? Tja. The fuck, Alter. So, jetzt hab ich 1,6 Amp-Cliffs-Tempo. Ich würd mich grad gerne irgendwie so richtig schön aufregen, aber irgendwie... Nein. 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 Nein, ich bin nicht. I don't need me. Um die zu kaufen. Da kommt Regner angerannt. Sieht, wie Fitz da kommt und rennt wieder weg. Fitz ist tot. Alter, guck dir Top-Lane an. Der Tower steht noch. Der Tower steht noch. Und Mid-Lane. Und der Tower hat sogar fast Full-HP an. Sorry, Nieder-Lay, aber... Ich komm schon. Soll ich Geist machen? Ich hab keine Angst vor dem Unbekannten. Nö. Komm. So. Zack. Oh, Nieder-Lay. Ich kenn die Weile... Oh. Komm, Nieder. Nieder-Nieder-Nieder-Nieder-Nieder-Nieder-Nieder. Ich zeige euch den Weg. Toll. Hat er sich unsichtbar gemacht, der Nudel. Das ist seine Ulti, ne? Ja, schon klar. Wahrscheinlich ist der hier hochgerannt, so wie ich ihn kenne. Ne, wir suchen jetzt nicht. Der ist eh schon weg. Muss man mal kommen. Ist Dragon da? Ne, ne. Ach, da ist er. Oh ne, das ist der Ding jetzt. Das war Kart 6. Ja, komm. Reingrollt. Niemand mehr da. Leute, da unten ist Rengar. Komplett mit dem Tower mit. Ne, machen wir nicht. Das war das Falsche. Meine Klinge gehört euch. Hey, Süße. Musst du nicht kommen? Okay, dann. Der Tower hat 800 Leben und Rengar. Ja, komm. Los geht's. Los geht's? Ja, los. Ich bin da. Geil gemacht. Komm, Tower, Tower, Tower. Tower? Ja, locker. So, Teamfight im Jungle. Komm, los. Ich mach hier auch noch Schaden. Komm, los. Wo? Ach, da. Hi. Alter, was geht? Boah, der. Hä? Das war die Akali. Hä, wie? Wie? Die Akali ist einfach zu stark. Wie? Wie? Nein. Wie? Warte, Akali, was hat die? Ich bin grad völlig verwirrt, weil ich bin einfach, ich war schon lange weg und bin draufgegangen. Was? Hä? Der hat mich nicht entzündet, oder? Ach so, doch, der hat mich entzündet. Keine Ahnung. Ach so. Fragelosigkeit beendet. Fragelosigkeit, ey. Fragelosigkeit. Ich bin auf Murats BMW. Alter, ich mach... Alter, ich mach... Schwarzer BMW, wie rassistisch. Ach, Murats BMW. Ach, Murat, ich hab schwarzer BMW. Boah, nee. Alter, wenn die jetzt unseren... Nee, unser nächstes Spiel eigentlich. Nee, aber... Ich leb jetzt nämlich auch wieder und ich werde Geister aktivieren und ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde Triple hinlegen, Alter. Ich lege ein Triple hin. Läuf. Komm. Der nächste. Ah, da, komm. Nein. Ach, schade. Drei, zwei, eins. Einer für mich. Oh, Stealer. Das war kein Stealer. War der nicht. Komm. Inhibitor. Ja, nee. Ich dachte, wir denken, es wäre noch da. Komm, ey. Kali. Titz, helf. Helf doch, du Inhibitor. Ich denke mal, da, komm. Lol. Ich hab mir einen Haken drin. Zack, 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 zack. Komm, raus hier. Raus hier, sagst du. Ich hab einen Haken drin. Ich zeige euch den Weg. Ups. Ich warte mal kurz. Ich troll mal ein bisschen. Ich stell mich hier an die Wand. Ich guck mal zu. Oh, komm. Haha, verarscht. Und geplattet. Hacke. Das war aber ein guter Troll. Ja. Der ist voll drauf eingefallen. Oh, heil. Also langsam werden wir ganz okay. Ja. Ich hab sechs, zwölf, zehn, äh, elf. Lol. Ja, ne, ich wollt jetzt mal nicht meine Ulti raus, dafür rauswerfen. Aber wenn kein anderer an... Warum nicht, du bist... Ja, komm. Ich hab noch nicht mal irgendwie einen Flash oder einen Ghost oder so'n Scheiß, um wegzukommen. Da bringt's auch nicht die Ulti. Doch, genau. Für sowas gibt man so auch seine Ulti aus als Trin-Manier. Komm rein. Nicht so... Ne, egal. Scheiße. Schade. Aber die Niederle... Niederle kann echt gut zielen. Und die... Ich find's gut. Die Caitlin kann auch gut zielen. Ja, und der Fitz ist nicht schlecht. Nur ich bin schlecht. Kann ich den aufgeben? Nutzst du den Killer? Du hast sieb, vier, zwölf. Der Fitz möchte aufgeben. So. Ich bin halt ein relativ aggressiver Spieler, ne. Ich spiel total aggressiv, egal was ich spiel. Das haben wir noch nicht oft genug gesagt. Stimmt. Verdammt. On my way. Fitz ist unterwegs. Ja, ist gut. Du lebst noch gar nicht, Fitz. Ich leb schon. Ja, der Fitz ist aber nicht. Lol. Trotzdem kann er sagen, dass er on his way ist. Sorry, das war mein Mikro. Okay. Sagst du Angriff? Ne, ich sag Dragon. Dragon? Oder so. Oder was machen die da? Voll. Nein. Ich will den auch noch. Gib mir irgendwas. Irgendwas. Eine Unterstützung oder so eine Scheiße. Scheiße. Ah, fein. Kriegen wir die? Nein, die kriegen wir nicht. Schade. Du bist draufgegangen? Ja, ich bin draufgegangen. Ha, scheiße. Ich hab mich voll in ihn reingedreht. Trinder gegen Trinder. Was hat der für Angst, Schaden? 344. Du hast 200. Ne. Ich aktivier mal meine Ulti so spät. Das ist voll scheiße. Was heißt, du aktivierst sie? Du aktivierst sie gar nicht erst. Ja, ich versuch's jetzt zu aktivieren, weil ich mach's so spät. Egal. Weil die hält ja dann... 254. 254. Oh, unsere Niederlei ist gut. Unsere Niederlei ist richtig gut. Die ist mit mir die einzige, die eine positive Karte eh hat. Ah, geil. Ich hab 6, 14, 11. Wui. Ich bin der Überflieger, bin der Über... Okay. Hören die aufsingen. Bitte, Ryan. Sorry. Jetzt kommt hier die GEMA. Äh, nein. Für sowas kommt... Was kommt da? Goldene Erdbeere. Für das schlechteste Gesinge. Was eh mal gesagt. Schlechteste Filmmusik. Voll der Film hier, ne? Ja. Ist doch sowas. In der Art. Genau, sowas in der Art. Soll ich die mal trollen? Versuch's. Geh zu denen hin, aktivier meine Ulti und renn weg. Ich zeige euch den Weg. Schlecht wär der. Wow. Ah, ist so geil, vor den Weg zu rennen. Hast du... Ja, kommt mal bitte jemand. Nö. Eine Klinge gehört euch. Bitte. Ich komm nicht. Ich hab bitte gesagt. Nö. Das Wunschwort mit zwei T. Aber flott. Genau. Ja, Caitlin. Carrie, hallo. Der gegnerische Inhibitor will... Äh, ich bin Voll-Carry, Alter. Ich mach Solo Baron hier. Soll ich mal probieren? Lol. Die haben Baron. Schön, dann haben sie halt Baron. Oh, die haben Baron. Komm, wir killen mal den Master Yi. Ähm, ich bin Master Yi. Oh, Warwick. Oh, da kommt noch einer von der Seite. Cut six. Keine. Es ist keiner in der Nähe. Komm, go. Gewiss. Dann kriegst du auch eh nicht. Ich will auch ab. Es ist keiner in der Nähe. Nein. Cut six in Warwick. Jetzt ist einer. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's so gewusst. Er konnte aber nix gegen machen. Ich sag auch noch so, der gleiche Gegner ist in der Nähe. Jetzt kommt Caitlin. Nein. Jetzt wollen sie aufgeben, oder was? Nein. So lang wir beide ablohnen. Tja. Ach, schade. Nein, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist Schluss. Shit. Mann, das Spiel sah zwischendurch so gut aus. Ehrlich. Nein, noch muss nicht gut sein. Ich lebe ja schon 27 Sekunden wieder. Ja, ich auch. Aber ich glaub, bis dahin schaffen wir's nicht. Nein, Stein wird's verloren sein. Schade. In meinem letzten Todesrückblick, den man noch zeigen kann, Cut six hat mich getötet. Warwick und Trinder mir. Unterstützer. Nö, die benden nicht. Weil sie nicht können. Weil keiner hilft. Lol. Fünf Sekunden mache ich ein Triple. Vier, drei, zwei, eins, go. Was hast denn du da? Ach, Schutzengel. Hau ab. Nö, komm grad, ha? Lol, hau ab. Ja, genau aus dem Grund. Hä? Hab ich doch gesagt. Ich hab doch... Alter, was ist das für ein Scheiß? Ich hab Schutzengel und dann mach ich meinen Ulti. Aber es hat grad nicht funktioniert. Ja, ich bin schon mal gut. Game. Oh, geil. Also, GG. GG. Wir sind noch nicht fertig. Doch, jetzt ist Schluss. Lol, was hat der Tini... Was hat der Tini für... 450 Altersschaden. Okay, good game. Ich hab 200. Was hat der sich denn gekauft? Ähm, du hättest nur 200. Ich hätt sogar mehr als... Ja, irgendwie. Ich hätt 300...